Der Kinocast Hallo und herzlich willkommen hier zum neuen Kinocast. Hallo Kate. Hallo. Hallo Chris. Einen wunderschönen guten Tag, hallo. Und das hier? Könntest du bitte deinen Blackberry ausschalten? Genau. Da kommen wieder Nachrichten rein. Das ist ein kleiner Teaser für unseren Sneak Preview Film der Woche. Der hieß nämlich Blackberry und der schöne deutsche Zusatztitel, wie es ja so gang und gäbe ist. Klick einer Generation. So, den hatten wir in der Sneak Preview. Darüber reden wir gleich sehr ausführlich. Dann habe ich noch einen Film gesehen, den habe ich als Screener bekommen. Der startet erst noch, deswegen habe ich ihn trotzdem mal mit dem Bereich Kino gepackt. Das ist nämlich The Old Oak. Den hatten wir ja letzte Woche auch getippt für die Sneak Preview. Kam ja dann doch nicht, wie wir jetzt wissen. Es kam Blackberry. Und die Filmfirma war so freundlich, mir einen Screener bereitzustellen. Und den habe ich dann trotzdem noch geschaut, weil der mich ja interessiert hatte. Dann haben wir natürlich wieder die offiziellen Kino-Charts der Innenstadtkinos Stuttgart für euch. Die Neustartste Woche. Und wir reden über den Neustart von Netflix, der David-Fincher-Film The Killer oder Der Killer. Und ich weiß nicht, nee, Finale Loki hat man ja gesagt, machen wir nicht. Nee, das ist immer für mich. Ich habe es noch nicht geguckt. Aber ich lasse es mal in Klammern für nächste Woche. Ja, in Klammern für nächste Woche. In Klammern für nächste Woche vielleicht auch Gen V, weil ich bin nächste Woche auf Reisen. Da habe ich die Zeit, alles nachzuholen, wenn ich da im Zug rumsitze. Okay, beginnen wir mal. Blackberry. Klick einer Generation. Chris, magst du das machen oder soll ich machen? Ja, scheinbar. Wenn du mich so fragst, aus dem ist ja deine Stimme ein wenig noch. Stimmt, lädiert von gestern, ja. Genau. Blackberry ist ein kanadischer Film von Matt Johnson, der tatsächlich auf einem Buch, auf einem Sachbuch basiert und zwar, das heißt irgendwie Losing irgendwas, kriegst du es zusammen wahrscheinlich auch nicht. Losing my religion. Nee, nicht Losing my religion, sondern Losing the Signal, the untold story behind the extraordinary rise and spectacular fall of blackberry. Das ist ja mal ein griffiger Titel. Geht doch nichts über kurze Titel. Ja, ja, ja. Das ist vollkommen richtig. Und wir lernen Mike Lazaridis und Doug Fragan kennen. Also Jay und Matt, die in einer Bank einmarschieren, um dort eine Produktpräsentation zu machen. Und die beiden haben eine kleinere IT-Klitsche, wo sie Modems herstellen, sind sesshaft im kanadischen Waterloo. Research in Motion heißt das. RIM. Die Abkürzung RIM ist natürlich im Amerikanischen meint so viel wie, ja, die Kimme, sag mal so. Ja. Deswegen sind da auch ein paar Wortspiele drin, die sie im Deutschen nicht ganz so rübergebracht haben. Genau. Und sie hocken da dann bei der Bank bei Jim Bell Silly. Der wird von Glenn Howard gespielt und wollen ihr Produkt vorstellen. Von It's Always Sunny in Philadelphia. Ich habe ihn kaum erkannt mit seiner rasierten Halbglatze. Auf jeden Fall, wollen sie uns vorstellen, es läuft alles nicht so gut, weil der halt gedanklich wo ganz anders ist, bei einer für ihn viel wichtigeren Präsentationen von irgendwas. Und die wollen eigentlich ihr neues, ihr neue, ihr neue, ihr neue Idee vorstellen. Also wir befinden uns im Jahr 1900... 90er irgendwie. Ja, auf jeden Fall 90er. Ich weiß jetzt nicht, ob es 96 war. Ich guck mal. Das müsst ihr jetzt nochmal gucken. Das sind auf jeden Fall die 90er. Weil beide noch ziemlich so 90er-nerdmäßig unterwegs sind. Es werden auch die Computerspiele der 90er gespielt. Und sie gehen dann quasi völlig erfolglos aus dieser Sache raus, weil es eben nicht so funktioniert hat, weil ihnen auch niemand zugehört hat. Und sie wollten eigentlich ihr neues Telefon vorstellen, mit dem man auch Nachrichten schreiben kann. Es sah alles noch ein bisschen klobig aus, der erste Entwurf, und schlag mich tot und hast noch nicht. Aber Handys waren gerade der heiße Scheiß, oder sind gerade der heiße Scheiß, vor allem in den USA geworden. Selbst beide die kompletten Verfechter von Made in USA und nicht Made in China. Und ja, wie es eben dann so kommt. Sie gehen zurück zu ihrer Firma, erklären erst mal ihren Angestellten so, ja, hat nicht so ganz geklappt, was wir da vorhatten. Und trotzdem machen sie dann Movie Night, der erste Page wurde 96 vorgestellt, war ich gar nicht so weit weg, machen da dann ihr Ding weiter und währenddessen fliegt Ball Silly bei seiner Firma raus, weil er halt eben doch ziemlich hintenrum ziemlich scheiße gebaut hat. Ich glaube, der wollte diesen Leiterjob haben, den Abhängungsleiterjob. Und als das dann nicht geklappt hat, weil der mal übergangen wurde, da hat er hingeschmissen. Nein, der hat nicht hingeschmissen. Der wurde gekündigt. Wahrscheinlich hat er sein Blatt überreizt oder so. Nein, weil er ja bei dieser Präsentation... Genau, das soll funktionieren und wenn das nicht funktioniert, dann genau. Ja, bei der Präsentation, genau, weil da hätte von der Bank das ein anderer machen sollen und der guckt den an und sagt, was, der soll das machen oder was ich? Ja, das sagt dann halt vorgesetzt, nee, das macht der und dann passt das. Und er holt sich dann trotzdem die Daten und übergeht den dann quasi und übergeht auch seinen Chef und das lässt er sich halt überhaupt nicht gefallen. Und deswegen fliegt der raus. Und ja, der ruft dann dort an und sagt, hey, ich werde euer neues CEO, ich kaufe mich da ein, stellt dann fest, dass die Firma komplett verschuldet ist von den beiden Nerds und nimmt dann allerdings das Geschäft in die Hand und so nimmt die Geschichte wirklich seinen Lauf, dass die den ersten Entwurf von einem Blackberry-Handy machen, wobei der Name auch noch nicht feststeht, der kommt erst später dann. Und dann tingeln sie erstmal durch die Weltgeschichte, durch die amerikanische Weltgeschichte, nach dem New York, wo sie Meetings haben und Schlag mich tot, wo sie dann halt ihre Sachen vorstellen, bis sie dann auch tatsächlich Firmen dafür, in dem Fall Verizon, können sie überzeugen, damit aufzuspringen und dass man eben auch Textnachrichten übers Handynetz versenden kann und das über einen Server, der in Waterloo steht und alles. Also der ganze Vorläufer von dem Ganzen, was wir heute haben, wurde da auf möglichst datensparende Art und Weise umgesetzt von eben dann Blackberry in dem Fall. Und das erzählt eben dann die Geschichte, wie es da weitergeht, wie die Firma größer wird, wie die auch teilweise immer mehr Selbstbewusstsein sicher arbeiten. Vor allem Mike, der am Anfang einfach nur so ein großer Stotterer und einfach unsicher ist, der schon weiß, wovon er redet, aber einfach da Probleme hat, vor Menschen groß zu sprechen oder auch seine Präsentationen abzuhalten. Es sei denn, es geht wirklich um das Thema, wo ihm einfach liegt und das ist halt die Technik. Und die Geschichte ist sehr erfolgreich, die verdienen einen Haufen Geld, teilweise dann auch sehr, sehr krumme Geschäfte, die im Hintergrund laufen, die Barsilli einfädelt. Und der hat damals auch, das ist für mich so die nette Randstory, da kann ich mich nämlich gut daran erinnern, versucht ein NHL-Team zu kaufen und damals waren es auch tatsächlich die Pittsburgh Penguins, die er dann nach Kanada umziehen wollte, weil er ist eigentlich Hockey oder er ist ziemlich ein Hockey-Fan. Und das funktioniert dann auch nicht und das ist so langsam der Niedergang dann von Blackberry. So lange ganz, ganz, nicht unbedingt schleichend, sondern wirklich, wer die Handy-Geschichte kennt, 2007 kam da so ein anderes Gerät auf den Markt, das viele von uns heute auch haben, das ist dieses iPhone von Apple und die hatten halt keine Tastatur mehr dran, sondern die Tastatur war auf dem Bildschirm, wie halt heute das gang und gäbe ist und das war dann der, ja wirkliche Niedergang von Blackberry und auch das wird darin beschrieben mit ganz Rechtsstreit und allem. Und was jetzt so ein bisschen, ja, vielleicht so ein bisschen steif oder sowas wirkt von der Erzählung her, ist es überhaupt nicht, weil die Protagonisten das so cool runterspielen, ihre Sachen, ihre Veränderungen, das ganze Nerdige aus den 90er Jahren, wenn man da sieht, mit welchen Computern die unterwegs sind, was für Spiele die spielen, dann der Turtles-Geldbeutel ist. Ich habe mich beäumelt vor Lachen, Kaffee bezahlen, hol dir das mal sein Turtles-Geldbeutel raus. Einfach herrlich und es ist so eine wirklich cool erzählte Geschichte mit wirklich 121 Minuten mit zwei Stunden gerade so an der Grenze von es wird zu lang. Aber insgesamt, ich fand es vom Tempo her cool, weil mich hat es komplett mitgerissen. Ich fand es vom Witz her cool, der drin war, das war genau die richtige Prise für mich und halt auch von der gesamten Erzählung der Story. Ich meine, ich bin da ja Kind der 90er, da habe ich viele Erinnerungen auch dran und gerade da wurde einiges geweckt und einfach auch diese Geschichte von den Handys da nochmal zu sehen, ist natürlich schon irgendwo auch cool und auch zu wissen, okay, wer hat den Blackberry, weil das war hier jetzt nicht so verbreitet, weil es mehr in den USA besser lief wegen den Netzen und was die da alles gemacht haben. Aber trotzdem war, ach, ich fand es einfach eine sehr coole, gut erzählte Geschichte. Es lief in Deutschland halt hauptsächlich auch deswegen nicht, weil für diesen Blackberry-Service musstest du, glaube ich, extra 5 Euro bezahlen im Monat und da ja bei uns eh schon die Handyverträge sehr teuer waren und dann nochmal 5 Euro obendrauf, damit du da diesen Service nutzen konntest. Es haben sehr wenige nur genutzt und dann war halt auch diese Skepsis mit dem Datenschutz, weil bei Blackberry war halt die Innovation, dass das Handy nicht ständig verbunden ist mit einem E-Mail-Server, also wie jetzt über Exchange, wenn man seinen Rechner andockt zum Beispiel, sondern dass nur in dem Moment, wenn wirklich eine E-Mail da ist, dass der Server das Handy benachrichtigt, ey, ich habe eine E-Mail, willst du die sehen? Und wenn man sie dann abgerufen hat, dann wurde das besonders komprimiert, dass man erstmal nur einen Teil gesehen hat, damit eben die Datenlast reduziert wurde. Und für diesen Service, wo die E-Mails auf diesem externen Server liegen, dafür wurde halt die Gebühr erhoben. Deswegen hat sich das bei uns nie durchgesetzt so richtig. In Deutschland habe ich, ich kannte zwar ein paar, die es hatten, aber es war jetzt nicht so die breite Masse. Und ja, aber es war auf jeden Fall sehr, sehr spannend hier zu sehen, diese Startup-Geschichte, diese, ja, vom Tellerwäscher-zu-Millionär-Geschichte aus Kanada, was ja wahrscheinlich nicht so häufig im Fokus des Hollywood-Kinos ist, sondern die verfilmen dann eher lieber ihre Geschichten hier von Apple oder von Google oder keine Ahnung. Und hier halt Kanada, ich wusste ehrlich gesagt gar nicht so richtig, dass es Kanada war, das war mir auch ein bisschen neu. Und ich glaube, du hattest einen Namen noch nicht genannt, Jay Beruchel, der ja den, der quasi den Erfinder des Blackberry hier darstellt. Und der, der eigentliche Regisseur des Films spielt da selber auch mit, Matt Johnson, der spielt nämlich seinen besten Kumpel Doug, der immer so ein komisches Stirnband an hat. Die habe ich eingangs erwähnt, die beiden. Ja, okay. Da habe ich wahrscheinlich gerade nach dem Datum gesucht von der Einführung. Ja, was ich sehr mochte, war auch der Stil des Films. Das ist alles so ein bisschen im 90er-Jahre-VHS-Look vom Color-Grading her. Und es sind auch irgendwie so ein paar Aufnahmen drin, die mit so VHS-Kameras gefilmt wurden, so DV-Kameras, die man damals hatte, was so ein bisschen den Look dann wirklich vertieft. Man ist halt wirklich in der Zeit drin. Und auch wenn sie anfangen, dann in ihrem Bastelstübchen da irgendwas zusammenzubasteln und zerlegen dann Gameboy und Taschenrechner und eine Fernbedienung und sonst was alles, um da die Sachen zu kombinieren. Und das ist schon echt cool gemacht hier. Aber mir hat so ein bisschen so der Drive gefehlt bei dem Ganzen. Vielleicht auch, weil die, ja, die Figuren jetzt nicht ganz so charismatisch waren. Fand ich wie so ein Steve Jobs in der Apple. Und natürlich hat das ganze Thema Steve Jobs hat ja auch so ein bisschen so ein tragisches Ende, was ja bekannt war. Hier natürlich auch, weil die Firma eindeutig überholt wurde von iPhone. Aber es zeigt hier auch die Überheblichkeit von Unternehmen, die mal was geleistet haben, die eine Innovation hatten und sich dann so ein bisschen darauf ausruhen. Und selbst wenn dann Wettbewerber auf den Markt treten, die offensichtlich eine bessere Lösung haben, dass die dann trotzdem noch kaum da versuchen, dran zu bleiben. Siehe auch Elektroautos jetzt und so weiter. Das ist halt wirklich extrem dargestellt hier. Auch dieses, wo er dann diesen Produktpitch hat bei Verizon. Quasi der gute, dauerhafte, jahrelange Kunde. Und er kommt dann hin mit dem neuen Gerät. Und das Einzige, was neu ist, ist halt in der Mitte so ein kleiner Button. Ja, das Touchpad oder so. So ein Navigationsbutton oder Touchpad oder sowas, genau. Und ja, so ist es halt jetzt auch, habe ich das Gefühl, leider mit Apple. Weil ich habe mir sonst eigentlich immer relativ schnell die neue iPhone-Generation geholt. Und jetzt gerade bei den letzten zwei Generationen, also ich habe jetzt das, was ist das, 13 Pro Max oder so. Aber jetzt auf das Neue bin ich irgendwie überhaupt nicht scharf. Ich meine, gut, die Kamera ist ein bisschen besser. Ja, aber... Aber warum? Ich glaube, da sind wir aber auch gerade technisch an einem Stand, wo man denkt oder wo man sagen muss, ja gut, was willst du großartig Neues da jetzt reinbringen? Und das war ja damals auch bei BlackBerry. Die haben gedacht, okay, das ist jetzt der Top-Stand. Aber dann kam plötzlich was ganz anderes. Ich meine, da müsste halt... Ja, das war eine Tour auf dem Bildschirm. Gut, das ist halt der Top-Stand. Ja, nicht nur da ist, das war ja dann wirklich auch, du konntest Musik hören und das war wirklich mit Internet verbunden. Und ja, wie war das? Ein iPod mit Telefon. Ein iPod und ein Telefon. Aber was halt auch kam, das war ja auch schön im Film noch dargestellt, die Telekommunikationsfirmen mit... Man verkauft keine Minuten mehr, sondern jetzt verkauft man plötzlich andere Sachen auch noch. Und das ist auch noch so ein Punkt, der da auch mit reingespielt hat, der BlackBerry nachher hinten raus gefehlt hat. Und ich musste da echt ein bisschen widersprechen, was die Charaktere angeht, weil ich fand die gerade genauso, wie sie dargestellt waren. Gerade deswegen fand ich die extrem gut, weil es eben so dieses Unsichere, dieses nicht ganz so glamouröse oder dieses Selbstsichere auftreten, wie es zum Beispiel Steve Jobs hatte. Sondern das musste man dann halt auch entwickeln. Und das gerade, also bei Dark, bei dem hat es ja gar nicht funktioniert, der heute ja, wie war das, einer der reichsten Menschen der Welt ist, weil der seine Aktien rechtzeitig verkauft hat. Und bei Mike dann eben dieses Transferieren in eine Welt, in die er eigentlich nicht reingehört. Und deswegen wirkte er, glaube ich, auch so. Und das fand ich eigentlich relativ spannend und fand ich auch sehr gut dargestellt. Auf jeden Fall, also gut dargestellt auf jeden Fall. Also dieses Schauspiel, wirklich perfekt. Aber mich haben sie halt irgendwie nicht so richtig mitgerissen. Vielleicht auch, ja, BlackBerry. Also die hatten jetzt auch nicht so viele Ups und Downs in ihrer Geschichte. Es war halt so ein Höhenflug, der dann war. Und der war halt dann vorbei, als das iPhone war. Das ist halt dann komplette Bruchlandung, ja. Müssen halt viele aufpassen. Viele Tech-Unternehmen oder überhaupt Automobilunternehmen und sowas nicht. Meistens werden so neue Erfindungen oder neue Sachen irgendwie ein bisschen verlacht und ja, erst mal klein geredet. Und ja, aber letzten Endes entscheidet der Kunde, der Markt. Und ja, da müssen halt viele große Firmen, die dürfen sich halt nicht auf ihren Lorbeeren ausruhen. Die müssen halt wirklich auch in R&D, also Forschung und Entwicklung investieren und auch einen Großteil ihrer Gewinne investieren. Und nicht nur die Gewinne ausschütten an ihre Aktionäre, die ja gerne Geld sehen wollen, ja. Sondern lieber davon was nehmen, damit die Firma auch auf Dauer Bestand hat. Aber gerade viele Aktionäre denken eher kurzfristig und wollen Gewinne herausziehen. Ja, schwieriges Thema, aber es war natürlich hier mal ganz, ganz cool, auch so die Entwicklung von den Personen zu sehen, so vom absoluten Nerd dann hin zum wirklichen Geschäftsführer, der dann auch so Aufsichtsratssitzungen und sowas hält und so, ne. Wie er sich dann die Transformation von Jay Baruchel hier von Mike. Ja, vor allem, du musst dir mal Bilder von Jim Balsilli anschauen. Ja, gut getroffen, ja. Brutal gut getroffen, also wirklich der Hammer. Den hatte ich tatsächlich noch in Erinnerung von irgendwelchen Covern von irgendwelchen Zeitungen von der Connect damals oder so. Weil ich habe ja mal im Mobilfunkbereich gearbeitet, deswegen. Aber von dem anderen, von dem eigentlichen Erfinder hatte ich jetzt nicht mehr so ein richtiges Bild von dem, der von Jay Baruchel gespielt wird, ja. Vielleicht ist der auch damals nicht so richtig in die Öffentlichkeit getreten. Aber genau, ich wollte noch einmal sagen, was sich hier auch gut gezeigt hat, ist, egal wie gut deine Erfindung ist, es gibt so viele gute Erfindungen da draußen. Man sieht es ja auch manchmal bei Die Höhle der Löwen. Wenn du da nicht einen Typen hast, der wirklich ein knallharter Verkäufer ist oder Marketingtyp oder sonst was, ja. Dann kriegst du das nicht raus in die Welt, ja. Du kannst noch so eine gute Erfindung haben. Das ist wirklich, du brauchst jemanden. Genauso hatte Steve Jobs, war eigentlich der Verkäufer und Steve Wozniak war der Erfinder. Oder du brauchst halt jemanden, der im Rampenlicht stehen kann, der da nicht ins Schwitzen kommt, der wirklich Verhandlungen machen kann, der ein gutes Marketinggespür hat, der die ganze Idee dann verkaufen kann. Du guckst manchmal bei Höhle der Löwen, wenn dann so zwei Typen stehen, so, ja, wir haben da hier was Neues, hier kommt unsere Präsentation. Und du merkst dann so, oh, voll irgendwas auswendig gelernt ist, ihren Pitch, dann, oh, denkst du, oh nee, ey. Ja, aber, ja, was willst du machen? Hat sich hier halt auch gut gezeigt, ne, sobald der Sales-Typ da eingestiegen ist und gesagt hat, ja, jetzt lass mich da mal anrufen bei US Robotics, jetzt wird das geklärt hier und zack, zack, zack. Ja, das ist so geil. Und das ist auch so ein bisschen das, was ich auch bei uns auf Arbeit mache. Ich bin so ein bisschen der Übersetzer von dem, was unsere Ingenieure machen. Die machen ja großartige Arbeit, aber viele können es halt nicht so richtig rüberbringen an die Kunden. Und das, ich muss zum einen verstehen, was sie tun, die technische Seite, und muss es dann quasi übersetzen in andere Sprache, in Business-Sprache, in kaufmännische Themen. Ja, du musst halt irgendwie klar machen, was dann die Kunden davon Gutes haben, was sie damit einsparen oder, ja. Deswegen fand ich es dahingehend auch ganz interessant. Allerdings, wie gesagt, von diesen Ganzen auch in Bezug, wir hatten jetzt einen wirklich guten Streak in der Sneak mit richtig guten Filmen. Da wird der mir jetzt nicht ganz so lange, glaube ich, in Erinnerung bleiben. Deswegen, ja, es ist ein guter Film. Keine Frage, also es ist Gemecker auf hohem Niveau. In unserer Gruppe habe ich sieben Punkte gegeben. Hier geben wir ja auch halbe Punkte, deswegen gebe ich hier sechseinhalb Punkte. Ist aber trotzdem ein sehr sehenswerter Film. Auch die Musik geil. Um Längen besser, wie das, was wir zuletzt hatten. Ich sage nur Anatomie eines Falls. Der war viel besser, Anatomie eines Falls. Der war viel schlechter. Ich finde es so schön, wenn auch meine Meinungen so herrlich auseinander gehen. Ich gebe ihm tatsächlich 8 von 10 Punkten. Turtles war auch besser. Viel besser. Was war besser? Turtles. Ja, genau. 8 von 10, weil wirklich ein Film, den ich gerade Leuten und unsere Generation oder einfach, die auch dieses Handyentwicklung mitgemacht haben, absolut nur in die Hand geben kann. Und sagen kann, hey, schaut euch das an, ist cool erzählt, ist witzig erzählt. Ich weiß auch, dass hier noch jemand mit in unserer Gruppe gerade sitzt. Der Person kann ich den Film auch nur uneingeschränkt erzählen, empfehlen. Ich glaube, die hat nämlich auch da richtig Spaß dran, wenn sie den sieht. So Kate, nun ist es an dir die, sagen wir mal, die Abwägung. Wer soll dein Herzblatt werden? Kandidat 1. Interessiert dich der Film oder interessiert er dich nicht? Ich glaube, du bist viel zu jung für Blackberry, glaube ich. Also bitte, bitte. Ich mache mich nicht jünger als ich bin. Hast du einen Blackberry mal in der Hand gehabt? Ich hatte tatsächlich mal eins in der Hand, ja. Ich habe sogar mal eins bedient. Das war mein Chef damals. Ist das gut. Ich hatte einen Chef, der war sehr hinterher in meiner Ausbildung. Ich hatte nämlich noch einen Blackberry, da war ich 16. Aber egal. Doch, den Film will ich eigentlich angucken. Okay. Wann läuft denn der an? Jetzt habe ich gerade nicht parat hier. Der läuft irgendwann an. Blackberry. Super. Ich warte, bis er irgendwo im Heimkino kommt. Hier steht es nicht. 7. Dezember. Danke, Chris. 7. Dezember. Oh, das ist ja noch ein Stück hin. Das war ja eine sehr vorzeitige Sneak hier. War eine Sneak, ja. Sehr vorzeitige Sneak. Sehr schön. Also, Blackberry Klick einer Generation läuft ab 7. Dezember an. Und wir haben beide gute Wertungen gegeben, auch wenn der Chris meine 6,5 hier so ein bisschen nach unten. Für mich ist 6,5 schon relativ viel. Deswegen, ich gehe dann eher nach oben so, dass nur die Filme, die mich wirklich absolut umgehauen haben, die kriegen bei mir so über 9. Ja, da kommen wir gleich dazu, ne? Jetzt gucken wir mal. Aber erst mal, was uns eventuell morgen erwartet. Wobei ich sagen muss, ich hätte gerne eine leichte Indikation, ob der Film sehr lang geht oder nicht, weil ich muss am Dienstag sehr früh raus. Deswegen. Aber gut, was ist denn getippt worden? Also, für die Sneak 1190 am 13.11. lautet der Tipp der Kinoleitung, der eine Moment, der alles verändert. Es gibt zwei Tipps. Erik, ich glaube, deiner ist schon echt gut, aber ich befürchte, das, was der Martin getippt hat, ist richtig. Du tippst The First Slam Dunk, der Martin tippt Auf dem Weg. Und da habe ich mir den Trailer zu angeguckt und ich glaube, dass er da recht hat. Und ich glaube, dass eure gute Sneak-Film-Reihe damit auch weitergeht. Denn bei Auf dem Weg, das ist ein französischer Film, geht es um einen Mann, ich glaube Mitte 30, der nach einem schweren Unfall, wo er sich fast alle Knochen im Leib gebrochen hat, innerlich sagt, wenn ich das überstehe, dann tue ich das, was ich schon immer machen wollte. Und zwar Frankreich zu Fuß durchqueren. Und der Trailer sieht richtig gut aus. Also tolle Landschaftsaufnahmen und so. Oh, Jean Dujardin spielt die Hauptrolle. Ja, genau. Oscar Gewinner für The Artist. Der Film, den ich völlig überbewertet fand und den danach auch niemand mehr jemals erwähnt hat. Oh Wunder. Da passt halt der Tipp wie die Faust aufs Auge. Ja. Klingt spannend, 95 Minuten, bin ich am Start. Das ist mein Ding. Bin ich dabei. Na gut. Das passt. So, ich habe ja die Old Oak, den Screener, wir haben ja den, der Link funktioniert da noch ein Stück. Vielleicht könnt ihr den auch noch gucken, wenn ihr möchtet oder nicht. Ich habe es euch ja freigestellt. Ich will den auf jeden Fall noch gucken, aber ich war mit der anderen Hausaufgabe beschäftigt. Und zwar. Ich mache nie Hausaufgaben. Die Old Oak ist der neue Film von Ken Loach. Und Ken Loach hat immer solche, ja, solche Filme gedreht in so ein bisschen um die englische Unterschicht, die Arbeiterklasse und so weiter. Der ganze Struggle, der da mit einhergeht. Die Veränderung der Zeit, die das mit sich bringt, Einfluss auf die Arbeiterklasse und mit immer auch so einem, mit so einem leichten Unterton, auch so ein bisschen um die Gesellschaft so ein bisschen in die richtige Richtung zu nudgen, so ein bisschen zu schubsen, so um denen zu zeigen, okay, wie könnte es gehen. Und das fand ich immer schon ganz gut. Manche Filme von ihm waren ein bisschen schwer. Die mochte ich jetzt nicht ganz so, aber es gab wirklich gute Filme. Zum Beispiel auch einen Film, den hatte ich vor nicht allzu langer Zeit hier mal angesprochen. Der heißt Looking for Eric. Da geht es um Eric Cantona. War auch ein sehr schöner Film. Aber jetzt geht es um The Old Oak. The Old Oak ist ein Pub in einem kleinen Dorf. Ich glaube so Richtung Schottland, also wir haben ja den Screener als Original mit deutschen Untertiteln. Also es ist wirklich sehr, sehr schön, diesen Akzent zu hören da. Es ist nicht ganz so ein krasses Schottisch. Also ich habe auch so Kollegen, wenn die sich einwählen in so eine Webkonferenz und da mit ihrem Schottisch, da verstehe ich manchmal nur so einzelne Worte. Hier ist es so, man versteht es eigentlich sehr gut, hat aber trotzdem so einen Slang. Und ja, in diesem Pub ist der Wirt, TJ heißt der, der ist auch so ziemlich am Strugglen, weil so dieser Pub ist so das Einzige in dieser Ortschaft, was noch so eine Möglichkeit bietet für die Leute da mal irgendwo hinzugehen. Aber die Leute sind halt auch alle völlig desillusioniert, die haben ihre Jobs verloren. Das war vor Jahren mal eine florierende Bergbaustadt, also Mining und so weiter. Und der Niedergang begann dann so langsam in den 80er Jahren, dass eben diese ganzen Unternehmen versucht haben, so die Löhne zu drücken und dann gab es auch Streiks dort. Und da haben sie sich in dieser Bar, in dieser Kneipe, in diesem Pub, haben die sich dann auch organisiert, das ganze Streikkomitee und haben auch Essen gekocht für die Streikenden, weil das ein längeres Ding war. Aber der Niedergang war halt unaufhaltsam, die Zechen wurden irgendwann geschlossen und die Leute, da gab es halt nichts mehr zu arbeiten dann. Die leben halt irgendwo von Stütze oder von kleinen Gelegenheitsjobs, irgendwo putzen gehen oder sowas, verdienen dadurch halt kaum Geld. Führt natürlich auch dann dazu, dass viele aus der Ortschaft wegziehen, wenn es dort keine Arbeit mehr gibt. Gerade auch so die Jüngeren, die die Chance haben, dort wegzugehen, gehen halt weg und viele Häuser stehen leer und werden mittlerweile im Internet irgendwo angeboten und werden manchmal von irgendwelchen komischen Investoren aus teilweise sonstigen Gefilden gekauft für wenig Geld und dann trotzdem an Leute dort vermietet und dadurch, dass die Besitzer der Häuser sonst wo leben, ganz weit weg, die kümmern das überhaupt nicht. Die wollen halt nur diese Mieteinnahmen haben und das wird nicht saniert und die Leute, die drinnen wohnen, sanieren es auch nicht. Das heißt, der Verfall ist an allen Ecken und Enden zu sehen. Dazu kommt natürlich auch dieses, was man ja auch durchaus in Gegenden hier in Deutschland, was da nicht unüblich ist, sobald es Menschen schlechter geht, schauen sie auf andere, denen es vermeintlich besser geht oder die Dinge bekommen, die sie angeblich nicht bekommen. Und hier wird das ganz krass deutlich, weil es werden Flüchtlinge untergebracht aus Syrien, die wirklich aus dem Kriegsgebiet kommen. Die haben nichts dabei, außer ihren Klamotten. Und ein junges Mädchen hat ein Fotoapparat dabei. Damit hat es dann eine besondere Geschichte auf sich. Das möchte ich mir jetzt noch nicht so verraten. Und da gibt es gleich in dem ersten Moment, als dieser Bus dort ankommt, werden sie empfangen von irgendwelchen jüngeren, man würde wahrscheinlich sagen so Hooligan-Typs. Der Bus wird beworfen, beschimpft und sonst was. Es geht dahin, wo ihr hergekommen seid. Und weil natürlich die Denke ist, die bekommen hier alles, die werden unterstützt und wir kriegen nichts, diese ganze Trostlosigkeit. Und sie kommen dann dort an und werden auch untergebracht. Und der Wirt von diesem Pub, der diese ganzen Leute auch bei sich im Pub hat und hört diese ganzen Gespräche über diese schlimmen Ausländer, die da kommen und was sie alles nicht gehört hatten, was die gemacht haben und warum kriegen die das? Und sie haben gesehen, dass da irgendwelche Spenden angekommen sind und warum kriegen die eine Waschmaschine und ich kriege keinen und so. Das kriegt er halt alles mit, aber er entscheidet sich halt auch, dem einen jungen Mädchen bei was zu helfen. Und das bekommen die anderen auch so mit. Und dann geht das so schleichend voran. Er engagiert sich dann auch so in dieser Hilfsorganisation für die und wird natürlich auch dadurch, dass die anderen immer noch zu ihm in die Kneipe kommen, bildet das auch so ein bisschen Konfliktpotenzial. Geht dann so weit, dass diese ganzen Kneipengänger mit ihren durchaus rechtsgerichteten Gedankengut, dass die sich in seiner Kneipe, der hat hinten so einen großen Veranstaltungsraum, den er eigentlich geschlossen hat, weil da jahrelang keine Veranstaltungen mehr waren, nutzt er halt als Abstellkammer. Und diese ganzen Typen, die wollen diesen Raum haben, um Veranstaltungen zu organisieren, weil im Social Media, da geht es halt heiß her über die ganzen Flüchtlinge und da werden irgendwelche komischen Videos und Memes gepostet. Die wollen halt diesen Veranstaltungsraum nutzen, um dort sich zu versammeln, um da was zu gründen, um da quasi so eine Bürgerwehr oder sonst was. Und das lässt er aber nicht zu. Andererseits lässt er aber zu, dass die Flüchtlinge, die haben dann auch so eine ganz gute Idee, die wird im Trailer schon genannt, so dass dieser Slogan, der auch bei ihm hinten in diesem Veranstaltungsraum ist, dass wenn man zusammen speist und isst, dass man dann auch zusammen gehört und füreinander da ist und die wollen halt dann auch mal eine große Speisung machen, wo sie auch nicht nur die Flüchtlinge verköstigen, sondern auch so die armen Leute aus der Umgebung und ja, das ist so ungefähr so die erste Hälfte des Films. Ich will mir nicht zu viel erzählen. Der Film hat mir extrem gut gefallen. Also er hat mich wirklich, wirklich überrascht im positiven Sinne. Zum einen ist es so gut gespielt und Ken Loach, der Regisseur, der nimmt immer ganz gerne keine Schauspieler, sondern wirklich einfach lokale irgendwelche Personen, die er dort trifft, während er den Film dreht, wo er denkt, okay, der könnte passen oder die könnte passen. Und das merkt man ja auch bei einigen Nebenrollen, das wirkt einfach extrem authentisch. Und die Geschichte, die hat bei mir Emotionen ausgelöst, weiß nicht, die hatte ich schon länger nicht mehr bei irgendwelchen Kinofilmen. Da war alles dabei, von Freude bis Trauer bis Leid bis Stürzung und was da alles so passiert in diesem Film, der eigentlich gar nicht so heftig daherkommt, sondern da sind viele Sachen, die sich halt so einschleichen oder dann plötzlich passieren, mit denen man gar nicht gerechnet hat. Und es sind ein paar wirklich schlimme Szenen drin, die einen extrem bewegen. Und ich finde auch die Aktualität der ganzen Geschichte, also man sieht das ja an fast jeder Ecke hier in Deutschland auch. Deutschland nimmt ja auch sehr viele Flüchtlinge auf aus Kriegsgebieten. Wenn ich da teilweise manchmal sehe, was da so abgeht oder mitbekomme oder lese in irgendwelchen Gruppen oder irgendwas, was da teilweise für Leute für Bullshit da erzählen und es ist ganz, ganz schlimm. Und das wundert mich umso mehr, dass hier so ein älterer Regisseur, der ist ja nun wirklich, man nimmt ja an, dass es wahrscheinlich sein letzter Film ist, den er machen wird, dass er sich dann langsam zurückzieht. Der ist 1936 geboren, also er ist doch schon etwas älter. Und dass er trotzdem so am Puls der Zeit ist mit diesem Film, hat mich sowas von positiv überrascht. Und ich habe den Trailer auf Deutsch gesehen, da kommt er nicht ganz so gut rüber, weil gerade so dieser Lokalkolorit von dieser Region und dann auch die, was da teilweise so gesprochen wird, es ist auch einer dabei in seinem Pub, der hat irische Vorfahren, der hat so einen leichten irischen Einschlag, das mag ich ja auch sehr. Also auf Englisch hat er mir wahnsinnig gut gefallen, deswegen ich gebe da 9,5 von 10 Punkten. Und wie wir bereits gelernt haben, jetzt auch schon in dieser Sendung, ich bin da sehr vorsichtig mit den höheren Punktzahlen, aber der hat mich wirklich umgehauen, der Film. Und kann ich nur empfehlen, die Old Oak, der lief auch auf einigen Festivals und wurde da gefeiert, was nicht immer ein gutes Zeichen ist, wie wir auch erfahren haben in der Sneak Preview. Aber bei dem da, also mich hat er wirklich völlig positiv bewegt und umgehauen. Und mal schauen, was ihr sagt, wenn ihr da mal Zeit habt, vielleicht reinzugucken. Die Old Oak startet am 23. November in den deutschen Kinos, wir haben also erst übernächste Woche oder in der übernächsten Sendung in den Neustarts drin haben, wenn ich richtig gerechnet habe. Merkt euch den mal vor, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Und ja, dann viel Spaß. Ist übrigens die Woche, wo blöderweise Napoleon anläuft, der irgendwie alles überschattet. Und da hat man ja auch in der Sneak Preview einen längeren, es war eigentlich kein Trailer, es war eine Szene, die wir gesehen haben. Und das hatte der Chris schon angekündigt gehabt. Achtung, vorm Film, das ist jetzt nicht die Sneak, die da kommt. War auch ganz gut, das vielleicht zu wissen. Obwohl, es stand auch eine Texttafel drin. So, Achtung, sie sehen jetzt gleich Szenen aus. Ja, aber trotzdem, weißt du, wie es ist. Ja, genau. Deswegen habe ich ja gesagt, nicht dich danach aufstehen und sagen, oh, das wolltest du ab kurz heute rausgehen. Man muss mit dem Dau, mit dem Dünnsten, nee, Datz, mit dem dümmsten anzunehmenden Zuschauer rechnen. Genau. Und da kam eine Filmszene von Napoleon. Es beginnt damit, dass Napoleon auf so einer Anhöhe steht. Irgendwie alles vereist und Schnee und so. Vielleicht, ich weiß nicht genau, vielleicht irgendwo Richtung Russland oder so, schätze ich mal, dass das der russische Winter war. Wurde nicht so genau erklärt. Und dann beginnt so dieses Schlachtgetümmel. Und man sieht eindeutig diese Strategie, die Napoleon so erfolgreich gemacht hat. Und es war einfach Wahnsinn. Du kamst ja da mittendrin rein und da war die Szenerie schon voll im Gange. Und das war total irre. Also, ey, ich muss diesen Film im Kino sehen. Das ist einfach, das sind Bilder, die gehören einfach auf die große Leinwand. Aber dazu reden wir vielleicht dann später noch, wenn wir den in Neustarts drin haben. Apropos Neustarts, die kann ich ja mal abfeuern hier, die Charts und die Neustarts. So, gucken wir doch mal. Jetzt muss ich erst mal in meinen E-Mails hier ein bisschen... Das ist ein Übergang, hey. Soll ich schon mal einfangen mit den Kino-Charts? Ja, fang mal an. Ich habe die E-Mail noch nicht. Ich habe hier so viele ungelesene E-Mails. Auf Platz 5 ist nämlich Trolls gemeinsam stark. So, Platz 4, die unlangweiligste Schule der Welt, glaube ich. Jawohl, dann Platz Nummer 3, die Wochenend-Rebellen. Platz Nummer 2, Killers of the Flower Moon, habe ich letzte Woche hier drüber erzählt. Ja, und Platz 1, einer der Filme, den Erik immer noch, glaube ich, feiert, der Checker Tobi und die was? Die Reise zu den fliegenden Flüssen. Ey, krass, dass der immer noch auf 1 ist, hätte ich nicht gedacht. Weil wir hatten doch irgendwie letzte Woche gesagt, dass da... Da gab es doch irgendwie einen Kinostart, wo wir gedacht haben, den lesen wir jetzt diese Woche. Aber der ist anscheinend nicht dabei. Naja. Das ist man nicht geschafft, ne? Was war denn das gewesen? Zurückspulen hier? Ich weiß gar nicht mehr. Ich habe jetzt gerade die Kinostarts vom 9. hier durchgeschaut. Nee. Sympathy for the Devil. Mit Nicolas Cage. Nee, dass das auf Platz 1 geht, hätte ich nicht gedacht. Naja, wie dem auch sei, es startet auf jeden Fall am 16. November der Film, die Tribute von Panen, The Ballad of Songbirds and Snakes. Ich habe gehört, da gehen welche von hier rein. Habe ich auch gehört. Chris, was machst du da? Ich habe gehört, die haben sogar schon Tickets. Chris, ich wünsche dir viel Spaß. Ja, danke. Die Kate ist ja sehr großer Fan, ich ja auch. Mir hat die Reihe sehr gut gefallen. Wenn schon mal eine große Filmreihe mit einer Dame ist, die Bogenschießt, dann bin ich am Start. So lange, wie es keinen Film von Hawkeye gibt. Du weißt aber schon, dass die da nicht mehr mitspielt. Die spielt nicht mehr mit? Naja, es wird irgendjemand anders vor der Bogen schießen. Sag ich dir, gib ich dir Brief und Siegel. Das werden die nicht außen vor lassen. Ich habe das Buch gelesen, ich bin mir da nicht ganz so sicher. Irgendjemand vor der Bogen schießen, das sage ich dir so, wie es ist. Wenn es ein Nebencharakter ist. Ich stelle mir das gerade richtig schön vor, wir werden im Film dann, irgendjemand kommt mit Pfeil und Bogen und Erik aufsteht. Ha! Ha! I knew it! Ja, genau. 157 Minuten, das ist ja auch ein sehr schlanker Sneak-Film hier. Ja, ich würde sagen, ihr nehmt euch irgendwie was zur Pflegung noch mit rein. Wir gehen ja Samstag Nachmittag, das ist ja ganz angenehm. Genau. Und ihr habt gute Sitze, Reihe 14 genau in der Mitte, deswegen. Das sind wir ja dann Sonntag, können wir dann brandheiß drüber reden in der Sendung. Ja! Chris, was hast du im Angebot? Ich habe Thanksgiving im Angebot, ein Horrorfilm von Ellie Road. Der auf einem Fake-Trailer anlässlich des Releases von Death Proof und Planet Terror basiert. Eli Roth, wenn ich dich mal korrigieren darf. Eli Roth. Wir sind in Deutschland, mein Freund. Ellie Road. Die Art Proof und Planet Terror. Ellie Road. Also das wird bestimmt so ein beinhartes Ding, schätze ich mal, so ein Slasher-Film. Mal gucken. Das ist eine Doku. Dann läuft noch an, The Quiet Girl, ein irisches Drama über ein junges Mädchen, welches Anfang der 80er Jahre einen Sommer bei entfernten Verwandten auf dem Land verbringt. Und das erinnert mich jetzt gerade so ein Stück weit an, erinnerst du dich an die Kurzfilme, wo wir gesehen haben? Ah, ja, ich erinnere mich für das Filmfestival hier. Ja, ja, ja. Das erinnert mich gerade irgendwie an den. Oh, nee, in die Richtung geht es nicht. Ja, ja, aber ich meine, du, das war jetzt so, uh, das ist sofort, sofort die Verlinkung irgendwie da. Nee, hier ist, glaube ich, achso, ich habe ja den Trailer gesehen, hier ist, glaube ich, so, also die, die spricht nicht und die ist so ein bisschen, ja, man weiß nicht genau warum, die ist halt aber eigentlich traumatisiert und kommt dann halt zu ihren Verwandten und da taut sie dann halt so ein bisschen auf und diese, diese Geister der Vergangenheit, die holen sie aber dann dadurch ein bisschen ein, dadurch, dass sie dann auch sich öffnet. Dann startet noch Cat Person, den hatten wir letzte Woche in der Sneak. Psychothriller nach der gleichnamigen Kurzgeschichte über eine junge Studentin, deren Beziehung zu einem älteren Mann, naja, älterer Mann, bedrohliche Ausmaße annimmt. Schon, schon älterer Mann. Ja, okay, also Anfang, Mitte 30 ist, ist also älterer Mann. Die ist 20, der ist 35. Alles klar, Erik, wenn es danach geht, sind wir im Vorrentner. Ja, und? Ja, okay, zu einem älteren, er ist älter als sie, das meinen die, glaube ich. Ja, aber wenn ich sage älterer Mann, dann denkt man sofort an irgendwas, was grauhaariges. Oder fragen wir doch Kate. Kate, wenn ich zu dir sage, hey, da ist ein älterer Herr oder ein älterer Mann. 70 plus. Siehst du? Okay. Danke, Erik, dass du jetzt beide in 70 plus gestellt hast. Aber das war eine ehrliche Antwort. Denken wir gleich an den alten Typen aus, das kleine Arschloch hier. Was kommt noch? Hör auf zu Lügen, eine französische Romanverfilmung, in dem ein Schriftsteller sich bei der Rückkehr in seine Heimatstadt an seine erste große Liebe zurückerinnert. Aber Lügen darf man nicht sagen. Lügen darf man nicht sagen. Lügen darf man nicht sagen. Es steht auch noch Megalomaniac, auch ein Horrorfilm. Ich glaube, ein belgischer Horrorfilm ist gerade richtig. Oh, wo ich ahne, Schlimmes. Ah ja, hier. Die Kinder eines brutalen belgischen Serienmörders folgen im Wahnsinn seinen Taten. Ein Serienmörder, der von den Medien als Schlechter von Mons bekannt ist, treibt zwischen 1996 und 1997 sein Urgenwesen in der Umgebung der belgischen Stadt Mons. Nachdem er geschnappt wird, laden seine Kinder Martha und Felix, guck, wenn ich es extra wegen dem Akzent so ausspreche, unter den Taten ihres Vaters. So müssen sie mit Anfeindungen auf ihre Arbeit zurechtkommen, was die beiden in den Wahnsinn absteigen lässt. Hier steht da, bei Filmstaats steht, Kritik der Filmstaatsredaktion, Megalomaniac, die superbrutale Antwort auf Netflix-Dama. Ja, True Crime sogar. Das wäre doch mal ein schöner Sneakfilm gewesen, jetzt in der dunklen Jahreszeit. Was heißt gewesen, kann ja noch sein. Das ist ja auch der eine Moment, der alles verändert. Könnte sein. 118 Minuten, das wäre schon wieder, naja. Die Bologna-Entführung, geraubt im Namen des Papstes. Ein Historienfilm nach wahren Begebenheiten über ein jüdisch erzogenes Kind, das als Säugling in einer Nottaufe zum Christ wurde und später von der Kirche entführt wurde. Oh, im Himmels Willen. Was ist denn eine Nottaufe? Ja, ganz schnell, damit er nicht abtrünnig wird und einem anderen Glauben anheim fällt. Achso, ja. Ja, das war's dann mit den Neustarts der Woche. War da jetzt irgendwas dabei, wo wir denken, boah, das startet auf 1 auch nicht so richtig, Ja, aber ich denke eigentlich, dass The Marvel sitzt mal hier auf 1 hoch. Ja, da bin ich mir nicht so sicher. Mal schauen. Ich hab da nicht so viel Gutes drüber gelesen. Echt? Mal schauen, vielleicht kriegen wir einen Screener und dann können wir da auch mal reingucken. Ja, der läuft ja jetzt, oder? Haben wir die letzte Woche drin gehabt? Ja, ne? Neustarts, ja. Oder? Ein Screener von The Marvel 2, ja. Ja, jetzt läuft er ja schon eine Weile. Vielleicht ist die Chance noch größer, dass man einen kriegt, als wenn der noch nicht angelaufen ist. Man kann ja mal fragen. Fragen kostet nichts. Genau, Fragen kostet ja nichts. Okay, dann gehen wir mal ins Heimkino, denn, ja gut, eigentlich ist es fast noch Kino, denn es ist ja ein David-Fincher-Film, der hier auf Netflix neu gestartet ist. Aber trotzdem, Heimkino. Heimkino. Kate, magst du uns was über den Killer, der Killer? The Killer erzählen? Sehr gerne. Kann ich gerne machen. The Killer, ein neuer Netflix-Film. In der Hauptrolle Michael Fassbender, wunderbarer Mann, der einen eigentlich namenlosen Profikiller spielt. Ich weiß nicht, hat der Namen, mir ist nicht einmal der Name von dem Typ untergekommen. Egal. Der um die Welt reist und für seinen Auftragsgräber halt Menschen tötet, ohne jetzt groß zu hinterfragen, wieso, weshalb, warum. Hauptsache, das Geld kommt irgendwann rein und sein neuster Job führt ihn nach Paris. Da tut er sein potenzielles neues Opfer eben erstmal ausspionieren, gucken, was ist dem sein täglicher Ablauf, wie komme ich irgendwie in seine Nähe, damit ich ihn erschießen kann oder was auch immer. Also er plant halt erstmal, wie er an den rankommt und als es dann soweit ist, dass er ihn erschießen könnte, also mit so einem Distanzschuss, geht es schief und er kann sein Ziel nicht treffen und muss abhauen, ganz schnell. Und das Problem ist, wenn man halt seine Aufgabe nicht erfüllt, dann muss man einen Preis zahlen. Und er hat dann, also auf dem Rückweg quasi nach Hause, hat er das Gefühl, am Flughafen beobachtet zu werden und bleibt eine Nacht länger in seinem Zwischenort, wo er gelandet ist. Und als er dann nach Hause kommt, findet er in seinem Haus oder in seiner Wohnung Blut vor und sieht, dass es einen Kampf gab und dann wird ihm klar, dass seine Frau, Freundin, wahrscheinlich verletzt wurde. Und tatsächlich ist es auch so, seine Freundin wurde überfallen, man wollte wissen, wo er ist, also man war eigentlich hinter ihm her, denn der Preis, den er zahlen müsste, wäre dann, war sie sein Leben gewesen. Und sie finden aber nur sie vor und quälen sie und töten sie nicht, aber nur knapp zumindest. Aber er ist dann natürlich voller Wut und will wissen, erstens, wer waren die, die in sein Haus eingebrochen sind und seine Frau verletzt haben und wer war der ursprüngliche Auftraggeber hinter seinem Job, den er nicht hingekriegt hat, um da klarzustellen, dass hier keine weitere Vergeltung stattfindet, sondern dass er einfach sein Leben weiterleben will. Und so beginnt die Jagd nach den Typen des Überfalls und dann später eben dem ursprünglichen Arbeitauftraggeber. Und das ist halt auch einfach die Geschichte, that's it, that's it. Ja, man hört ihn sehr viel reden, Michael Fassbender beschreibt seine Tätigkeit, also du hast quasi, er macht irgendwas und dann hast du quasi den Überton, wie er erklärt, was er macht und mit welcher Passion und dass man ja frei von sämtlichen Gefühlen sein muss, um seinen Job zu erledigen und dass er ja eigentlich gar nicht gerne schießt, sondern lieber direkt zuschlägt, das hat irgendwie mehr Adrenalin verbunden und so. Und das ist einfach wie, das ist einfach ein Killer, der erklärt, was er tut. Also ein bisschen albern ist, weil er selber sagt, man darf sich nicht persönlich verstritten lassen, man darf keine emotionale Bindung aufbauen zu niemandem, hat aber eine Frau zu Hause. Also, naja, egal. Filmisch fand ich den Film eigentlich nicht schlecht, dass er war gut gedreht, es gab coole Action-Szenen und so, aber es ist halt einfach überhaupt nichts Neues aus meiner Sicht. Es ist einfach wieder ein Rache-Film mit unnötigem Gemetzel, naja, wobei, so viel Gemetzel gibt's gar nicht, sondern mit unnötigem Umbringen von Leuten und Rache und meine Justiz ist eh die einzig wahre Justiz und ich weiß auch nicht, irgendwie, der ist schon gut gemacht, aber er ist halt einfach, er hat mich in keinster Weise irgendwie überrascht. Wir haben in der Nebenrolle noch Tilda Swinton, die sehr, also sie kommt nicht allzu lange vor, aber sie hat halt eine Nebenrolle, die auch extrem viel redet in ihrer Szene, sind manchmal sehr lange Dialoge, teilweise auch Monologe. Ja, ich weiß nicht, ob's den Film hat gebrauchen müssen. Ich weiß nicht, Erik, du hast den auch gesehen, gell? Ich hab den tatsächlich auch gesehen, ich hab, ähm, ich hab vorhin noch, äh, vor der Sendung hab ich mir noch den Rest angeguckt, ähm, weil ich hatte den noch nicht ganz fertig geschaut gehabt, weil gestern lag ja ein bisschen was anderes an hier im Ländle und, ähm, ich fand den erstaunlich belanglos, es war halt diese ganzen bedeutungsschwangeren Selbstgespräche, die er da führt, ja, und ja, ich muss halt hier immer das größte Themenproblem hier als Killer ist die Langeweile und, und ja, wir sehen ihn halt am Anfang irgendwie gefühlt eine halbe Stunde, wie er da in so einem leeren Apartment gegenüber von einem Gebäude ist, wo er jemand ausspäht und drauf wartet, dass der da irgendwie auftaucht und, ja, das, das passt hinten und vorne nicht zusammen, der Film, weil alles andere hat er eigentlich sehr genau geplant, er wusste genau, wer, wo, wann ist und hier wartet er einfach sinnlos ewig lang, also, hätte ich eigentlich erwartet, dass er dann auch erfährt, ähm, wann die Person dort auftaucht und dann rechtzeitig da ist und nicht da wochenlang irgendwie da auf die Person irgendwo wartet, naja gut, da waren halt so viele Sachen und das zeigt sich halt auch wieder, äh, David Finchers Filme sind eigentlich immer dann am besten, wenn er ein richtig gutes Buch hat, ähm, wie bei Fight Club oder, weiß ich nicht, Social Network und was nicht alles, ähm, wenn er dann wirklich so eigene Ideen umsetzt, ist es meistens, ja, schwierig, aber ich, ich mag den ja total, ich mag die Art, wie er dreht, äh, er kommt ja eigentlich aus der, der Werbefilm- und Musikfilmbranche und man sieht das auch seinem, seinem Filmlook irgendwie an, also das ganze Color Grading, es sieht halt alles irgendwie glossy aus und gut aus und so, ähm, aber das, an sich war der Film für mich eine große Enttäuschung, ich hatte da sehr viel mehr erwartet, ja, er hört halt immer Musik, ähm, ja, und irgendwie, also ich meine, es muss nicht jeder Song von der gleichen Band sein, The Smiths, ja, es hätte auch, ein bisschen Abwechslung wäre auch cool gewesen, ja, ähm, es war halt immer ein anderer Song von The Smiths und der war halt anscheinend so ein Fan von The Smiths, oder, ich weiß nicht, was halt auch gut ist, ich mag auch The Smiths, aber es war halt einfach irgendwie, es hat alles nicht so richtig zusammengepasst und, ähm, am Anfang hat er mich ja so ein bisschen gehabt, auch mit, mit Paris natürlich, weil es ist immer schwierig oder Filme, die in Paris spielen, sind immer dann am besten, wenn sie nicht so diese üblichen Landmarks zeigen, die jeder kennt von Postkarten, sondern wenn du trotzdem das Gefühl hast, okay, der ist in Paris, ja, und das war halt hier auch so, ne, also du, du wusstest, okay, das ist, das fühlt sich nach Paris an, das sieht so aus und, und hier, ohne, dass da der Eiffelturm fünfmal durchs Bild huscht und, oder Sacré-Cœur oder irgendwas und Mont-Notre-Dame und das fand ich halt auch sehr, sehr gut gemacht und hab mich eigentlich dann auch ein bisschen drauf gefreut, auf den ganzen Film, aber das, ja, ist halt mehr oder weniger dadurch, dass sein, der Auftraggeber von diesem ersten Mord, der schiefgegangen ist, ähm, der konnte dann halt, oder der, der hat dann halt so ein Cleaning beauftragt, dass halt eben alle Spuren verwischt werden sollen, was natürlich bedeutet, dass auch der, der Killer, der den Fehler gemacht hat, ausgelöscht werden soll und dadurch sind halt die Räder in Bewegung gesetzt worden und er versucht nun quasi rückwärts gesehen, die ausfindig zu machen, die da auf ihn angesetzt wurden und die dann halt auszulöschen und da, das beobachten wir halt in dem Film. Es sind ein paar, paar wirklich spannende, gut gemachte Szenen drin, also in Florida zum Beispiel, ähm, ich will jetzt nicht zu viel verraten, ähm, wo er dann in Florida auftaucht, bei, das fand ich echt spannend, gute, gute Szene, aber, ha, das war so, in diesem ganzen Mittelmaßbrei war das so ein kleiner Ausschlag nach oben und, äh, boah, ich bin echt enttäuscht gewesen dann, auch, ich hab vorhin gerade das Ende geguckt, ich hätt mir wenigstens fürs Ende noch irgendwas Heftiges erwartet, irgendwas Cooles, irgendwas Finchermäßiges, ja, irgendein, ein Fightclub-mäßiges, darf man es eigentlich spoilern, ja, ein Fightclub-mäßiges Ende, so dieses, ähm, äh, du hast mich in einer seltsamen Situation meines Lebens kennengelernt und im Hintergrund werden ganzen Hochhäuser gesprengt und so, äh, irgend so ein heftiges Ding hätte ich mir am Schluss gern noch erhofft gehabt, ähm, aber, das versickerte, dieser, 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 dieser Schwapp an, 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 an Durchschnittsbrei versickerte da in diesem ganzen Sand einfach so weg, uscht, und dann war es weg. Ja, und vor allem, ich finde halt, dass diese, diese Anfangsszene, wo, wo quasi der Wendepunkt ist, dass er eben sein Ziel verfehlt, das war so vorhersehbar. Aber in dem Moment, wo das Opfer, oder das vermeintliche Opfer in das Zimmer geht mit dieser Begleitperson und die Begleitperson da ständig rumgetanzt hat, war mir klar, dass der nicht trifft. Hm. Naja, wir wussten ja auch, äh, wir wussten ja auch, dass da, dass da was schief geht. Das, das war ja, stand ja in der Filmbeschreibung schon drin. Ich hab die Filmbeschreibung nicht gesehen. Dass da was schief geht. Ich hab weder den Trailer gesehen, noch die Filmbeschreibung gesehen. Hm. Also, ich hab, du hast einfach nur gesagt, der Killer kommt. Und ich so, ah, von dem, Michael, fast bei einem neuen Film, hab ich gehört, sagt, muss ich unbedingt angucken. Hm. Ja, aber ich wusste nicht, um was es geht. Ja, ich weiß auch nicht. Also, deswegen geb ich diesem Film eine wirklich, eine strafende Fünf, weil das ist wirklich, ich sag mal so, auf der Fincher-Skala wäre das quasi ein Punkt, wenn ich die Fincher-Filme hernehme. Aber jetzt so als normaler Film ist es quasi ein absoluter Durchschnittsfilm, den man wahrscheinlich nach, nach wenigen Tagen schon wieder vergessen hat, weil der einfach so belanglos ist. Ähm. Was mich eigentlich umso mehr stört, weil der hätte eigentlich gut werden können. Und ich sag mal so, wie so Killer-Filme, ich denk mal so an, äh, der eiskalte Engel mit, äh, Alain Delon oder, weiß nicht, ähm, hier der Film mit Bruce Willis, wie hieß der, wo der den Killer spielt. Ähm, was das Remake ist von diesem, äh, von diesem anderen französischen Film. Äh, oder, was weiß ich, Leon der Profi oder sowas. Es gibt so viele gute Beispiele, wie so ein, wie so das Innenleben eines, eines Auftragsmörders, eines Auftragskillers dargestellt werden kann. Und hier ist einfach, ja, sehr, sehr belanglos. Leider. Trotzdem aber weltweit Platz 1 in Netflix natürlich, wenn da Fincher draufsteht und The Killer und mit, äh, mit Michael Fassbender und so, das, das haut schon rein. Aber, ja, deswegen 5 Killer, äh, 5 Killer, 5 Punkte für The Killer. Aber das ist wirklich, sind keine guten 5 Punkte. Von dir? Ich geb 6,5, weil, ja, ich fand den zwar ziemlich vorhersehbar und, 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 ähm, nichts Neues, aber ich fand halt Michael Fassbender so unfassbar gut wieder. Ich mag den einfach. Das ist einfach, ja, das ist, sagen wir mal so, ich würde 5,5 Punkte geben, aber er kriegt noch einen Extrapunkt wegen Michael Fassbender. Okay. Tja. Oh, Andrew Kevin Walker hat das, äh, das Skript geschrieben, sehe ich hier. Hm. Ähm, da gab's ja dieses schöne Zitat, Chris, du hast auch Entourage geguckt, oder? War das, warst du das, oder? Äh, nee. Nee, das war nicht ich. Nee? Kate? Ah, du hast geguckt. Nee, 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 nee. Auch nicht? Nee, nee. Was? Ihr habt Entourage nicht geguckt? Okay. Was? Ah, das bin ich echt überrascht. Da gab's so ein schönes Zitat, äh, weil das spielt ja in dieser Filmbranche in Hollywood, äh, Entourage und da geht's dann drum, wer irgendwie den neuen Film, wer, welche, welche Drehbuchautoren dabei sind und so und, äh, Andrew Kevin Walker wrote das Skript und dann kommt dann, sagt dann der Dings hier, der sagt dann, äh, the guy who wrote seven, also der, der Typ, der sieben geschrieben hat und dann sagt dann, äh, Ari Gold dann, ja, äh, okay, jeder, der ein Skript schreibt, wo, äh, wo Gwyneths Kopf in der Box landet, ist gut für mich, also das ist, äh, deswegen, also das ist der Typ, der sieben geschrieben hat, ähm, und das wundert mich jetzt so ein bisschen umso mehr, ähm, das wundert mich jetzt so ein bisschen umso mehr, weil sieben war ja wirklich ein, ein, ein Masterpiece hier und, äh, dass, dass, dass da so wenig Spannung und Zug drin ist, hm, naja, okay, dann sind wir ja schon so weit durch, weil wir lassen Loki jetzt erstmal aus, bevor ich das Finale geguckt habe, ansonsten wäre es ein schlimmer Spoiler und gehen mal sofort in die, in die Ecke für die Musik, Musik-Ecke, wenn ich den Button finde, ach, hier, ich hab, music, von mir einen der Songs aus, The Killer, ich mach's kurz, The Smiths, There is a light that never goes out, Kate, was hast du? Ich hab, äh, von Music Factory, How Soon Is Now. Okay, kein, kein Filmbezug irgendwie, okay, ähm. Tatsächlich, doch, 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 der Song kam im, im Film kurz vor. Ah, okay. Aber nur ganz, ganz kurz. Doch, ein anderer, ich, ich hab gedacht, es ist alles, äh, The Smiths. Nein, 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 nein. Hm, ich jetzt gar nicht, wo der war, okay. Tiemlich am Anfang kam der. Okay, ähm, Chris, was hast du denn? Äh, äh, ich hab aus dem schönen Film Blackberry, weil das ist was, was wir tatsächlich überhaupt vernachlässigt haben, der Soundtrack ist nämlich auch sehr cool bei Blackberry. Haben wir, haben mehr. Ach, guck mal an, haben wir, ne? Ja, hab ich auch vorhin kurz erwähnt, man kann zurückspulen, übrigens der Soundtrack ist auch gut. Genau. Wieder zurück. Ähm, und zwar von Elastica Connection. Okay, packe ich alles auf unsere Playlist, äh, relativ bunte Playlist auf Spotify, die heißt Kinocast Songs, dürft ihr alle gern kostenlos abonnieren, wenn ihr Spotify habt. Da darf ich dann noch ganz kurz eine Werbung machen, Erik. Das ist eine ganz nette Werbung. Weil ich hab's jetzt, ähm, geschafft, glaub ich, dreimal in Folge in einem Podcast kurz erwähnt zu werden. Und dann möchte ich einfach den Pingpong-Ball auch nochmal zurückspielen. In einem Sex-Podcast, oder? Ja, genau. Da geht's, ähm, es ist sehr, sehr hörenswert auch für dich, weil es geht da um, äh, ja, ja, aber überhaupt nicht so. Ja, genau. Es geht für, bei, es geht darum bei, ähm, um Sex für über 60-Jährige. Also, hör unbedingt mal rein. Unbedingt. Nein, ähm, es ist, ähm, der Fadenlos-Podcast von Meier und Vasili, den ich eigentlich auch jedem nur mal empfehlen kann. Das sind einfach zwei, zwei Jungs, zwei Kerle, die dranhocken und wie der Name sagt, Fadenlos, die absolut ohne großes Konzept in die Sendung reingehen und sich dann einfach herrlich verquatschen. Und das ist so gut und die haben immer so spannende Sachen. Und deswegen da mal ein Shoutout auch für diesen Podcast unbedingt mal reinhören. Und... Hattest du schon mal empfohlen, wenn ich mich recht erinnere. Ja, ja, aber wie gesagt, ich bin jetzt das dritte Mal in Folge erwähnt worden. Deswegen kann ich ja mal sagen, hey, äh... Erwähnen die wenigstens den Kinocast, wenn sie dich erwähnen. Nein. Wenn wir schon Werbung für die machen. Also bitte jetzt, äh, also jetzt ist zum zweiten Mal, dass du sie hier erwähnst. Jetzt möchte bitte mal wenigstens, äh, wird's mal Zeit, ne? Ein Shoutout in unsere Richtung kommen, ja. Ich wurde auch schon gefragt, wenn ich eingeladen werde dort. Äh, aber da bin ich zu klein. Und das ist auch okay. Ach, der Fanboy hier. Ja, na, komplett, Junge. Nein, also ganz hart liebe Grüße an Vassidio und an den Meier und hört da unbedingt rein. Ja, von mir auch. Ich hab ja schon bei den Streams mal reingeschaut da, wenn da was gespielt wird. Coole Leute, auf jeden Fall. Ähm, ja, ich hab übrigens heute, wo ich ein bisschen umgeräumt hab, hier mein Soundboard, hab ich auch das wieder gefunden. Kennt ihr das noch? Ja, 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 ding dong, ding dong. Habe ich jetzt hier gerade gesehen. Ähm, ja, und damit entlassen wir euch in die, in die kommende Woche. Für mich wird sie sehr stressig, aber ich bin wieder da für alle dann am Sonntag und dann mit frischen Kinofilmen dann auch, ähm, dann mit Panem, wenn alles klappt. Und Kate guckt nicht auf jeden Fall, aber das ist, ja. Ja, Erik geht schon mal Richtung Europapokal, ich seh schon. Richtung Europapokal? Ja, nein, du bist doch worldwide unterwegs, nein? Noch nicht? Ja, in Europa bin ich unterwegs. Ja, siehst du, ja, also Europapokal. In Paris bin ich unterwegs, ähm, ja. Ähm, okay. Check mal aus, wo der VfB nächstes Jahr dann so international spielt. Genau, also checkt, checkt mein Instagram, ich werd da bestimmt, wenn ich ein bisschen Zeit hab, neben der ganzen Arbeit mal was posten oder so. Ähm, genau, vielleicht seh ich ja The Killer in Paris. Genau. Ihr wisst ja, so ist das, das ist meine geheime Identität und ich muss das jetzt vollenden, was der nicht geschafft hat da. Ich muss jetzt da halt hin. Wie war das in dem Trailer? Er verkleidet, oder in dem Film, er verkleidet sich gerne als deutscher Tourist, weil mit denen will niemand reden. Ja, aber so lauf ich ja nicht rum. Ja, das ist auch lustig, aber ich fand die Aussage einfach lustig. Ja, der Look hat mich sehr stark erinnert an Brad Pitt in Bullet Train. Ja. Ähm, und ich glaube, ich wär mir, ich weiß, ich hab mich da jetzt noch nicht reingelesen, aber ich wär mir fast sicher, dass, ähm, David Fincher eigentlich Brad Pitt für die Hauptrolle haben wollte, weil das ist einfach so, das ganze Verhalten von, von Fassbender passt so sehr auf das Verhalten von Brad Pitt immer in diesem Film. Ja, wahrscheinlich. Hm. Nee, wenn ich da irgendwo bin, ich bin dann eher so, ich, ich, ja, orientiere mich dann so ein bisschen an den Locals dann. So, dass ich häufig manchmal auch angesprochen werde nach irgendeinem Weg oder so. Na gut, ähm, das dazu, ähm, dann sind wir durch für heute. Vielen Dank euch beiden fürs Mitmachen, dann bis morgen in der Sneak und für alle anderen bis nächste Woche zur nächsten Sendung. Tschüss. Auf Wiederhören. Macht's gut, tschüss. Im Hintergrund quatscht die Kleine. Sie ist traurig, dass es schon vorbei ist. Bis bald im Kinocast. Bis bald.